Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich Willkommen bei Red Dog Camel. Ich bin heute für Mech Arena und zwar Wettbewerb. Viel Spaß. Die erste Runde. Oh, alle gegen alle. FFA. Oh oh. Oh oh. Down bin ich. Oh nein, da ist ja noch einer. Kommt denn der her? Nein, warte doch. Greif mich noch nicht an. Warte, warte. Ihr müsst doch immer warten, bis ich fertig bin. Nein, das gibt's doch nicht. Schnell weg hier. Ah. Die haben mich erwischt, die Schweine. Oh, kommt jetzt der dran in. Ja. Zack. Und. Ach, jetzt kommt da einer raus. Schießt doch nicht auf mich, du. Ah, noch. Lass mich doch alle in Ruhe. Das gibt's doch nicht. Ah, nehmen wir jetzt den hier. Ja, ja, das war klar. Das war klar. Jetzt den hier. Da bringt eigentlich nix hin. FFA. Weil ich schwäche ja nur die Rüstung mit. Damit die anderen mehr Scham machen können. Ich war trotzdem noch dritter. Loll. Hättet ihr nicht gedacht? Ich dachte, ich werde verlieren. Na gut. Glück gehabt. Dann würde ich mal sagen, bis gleich in der nächsten Runde. Erst noch mal. Ah, ne, Ergebnisse gibt's ja hier gar nicht, ne, oder? Gibt's hier nachher... Gibt's hier Ergebnisse? Ja, doch. Joa. Na gut, dann bis gleich. Okay, die nächste Runde geht los. Jetzt wird's besser. Bestimmt. Wir nehmen erst mit denen hier wieder. Wir fangen mit ihnen an. Ah, ich muss noch nichts laufen. Ah, er auch. Sau. Aber du hast Raketenwerfer. Und ich nicht. Warten. Okay. Bam. Und. Down ist ab. Nachladen. Jetzt kommt da der andere. Und da nur einer. Schieß doch nicht auf mich. Alter, was ist das denn? Kann doch nicht wahr sein. Komm. Das war erst mal Rache. Ja. Jetzt muss ich erst mal... Woh. 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 Okay, da ist er. Okay, da ist er. Lass mich vorbei. Du dicke Sau, du. Woh. Weg ist er. Ist beschwindelig. Woh. Woh. Kommt denn der da her? Na ja, war ja klar. Man kann nicht immer diese schöne Krone aufhaben. Zeit. Okay. Ah, der hat's überlebt. Nein, lass mich doch in Ruhe. Machen wir mal auf mich. Naja, alle auf mich. Ja, eigentlich eher nicht. Ach, Mensch. Two, one. Ah, bei der hätte ich den noch erwischt. Trotzdem erster. Erster, erster, erster. Wäre aber gut, ja. In meinen Kreis. Oh, zwei, drei Goldmedaillen. Nice, gut. Na, Norbert, kriegst du bald Level up. 3, 3, 3, 3. Schön. Ich glaub, nächste Runde hat Nova Level up. Hoffe ich. Obwohl es ja, ja okay, mini stärker, klar. Hoffe ich. Gut, dann gleich bis zur nächsten Runde. Ich hab gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich rede hier schon und die Aufnahme läuft noch gar nicht. So, schnell verstecken. Drei Sekunden warten. Oder fünf Sekunden. Besser. Warten. Okay. Da kommt einer runter. Ich war so langsam. Ich war so langsam. War ja klar. Okay. Jetzt kommt er hier dran. Ja. Ach, das war nicht mein Körper. Das war sein Körper. Verdienant, was machst du da? Die mit den Minen, die nerven. Aber eigentlich nerven viele Bots, ja. BAM. Weg ist er. Weg ist er. Weg ist er. Das ist auch dauernd zwar nicht von mir, aber dauernd. Er schießt auf mich. Okay. Der ist dauernd. Da ist einer. Schießt auch. Ach, der hat noch gar keine Munition. Ich habe die Krone auf dem Kopf. Ich bin der King. 11 Sekunden warten. Das Nachhinein dauert so lang. Das ist manchmal richtig nervig. Nachhinein. Egal, Zeit vorbei. Ich war nur zweiter. Ich wurde noch überholt. Ich wurde noch überholt. Ich wurde noch überholt am Ende. MVPR. Was hat der gemacht? Ich bin gespawnt, rausgerannt. Hab den einen gekillt. Dann dachte ich nicht, den anderen gekillt. Da war aber noch der andere gewesen, der ihn gekillt hat. Und dann bin ich immer so hin und her gelaufen. Und dann hat er mich halt erwischt. Ich bin durch eine Mine gelaufen dann. Naja. Egal. Immerhin. Ich habe gewonnen. Zweiter. Also nicht Erster, sondern Zweiter. Die ersten drei gewinnen hier immer. Hier. Wegen denen hier. Ferdinand. Böser Junge. Böser Junge. Gut. Dann war es das ja auch schon wieder für heute. Also sage ich mal, danke, dass ihr zuschaut. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.